Der Markt ist heute wieder ziemlich rot, das sollte euch aber nicht wundern, denn genau über dieses Szenario haben wir ja bereits vor 8 Tagen gesprochen. Wir haben das Ganze also kommen sehen, haben entsprechend Profite genommen und im heutigen Video möchten wir uns einige interessante Aktien nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wo genau sind die besten Einstiegsmöglichkeiten, wie tief kann der Markt insgesamt noch fallen? Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen könntet und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Los geht's! Am 19.07. habe ich ja bei uns im Discord geschrieben, dass ich meine Nasdaq Position zu 80% auflösen werde. Schauen wir uns mal auf dem Live-Chart an, was seitdem passiert ist. Der 19. war um genau zu sein, genau dieser Punkt hier, also die höchste Kerze im Nasdaq Chart in den letzten Wochen. Seitdem ist der Nasdaq um knappe 6% gefallen. Der Verkauf in diesem roten Bereich hat sich also definitiv gelohnt. Man könnte jetzt sagen, man kann schon mal 6% niedriger einsteigen, aber ich persönlich bin der Meinung, aktuell sieht es nicht ganz so bullisch aus für den Nasdaq. Da wir mit der heutigen Kerze dabei sind, die rote Marke bei 15.826 Punkten zu unterschreiten, bin ich eher der Meinung, dass es für den Nasdaq in den nächsten Tagen doch noch ein Stück weiter runter gehen könnte. Die nächsten bärischen Preisziele sind hier bei 14.720 und 14.295 Punkten. Da wären wir dann langsam wieder im Bereich des Aufwärtstrends, heißt also könnten an der Support-Linie wieder nach oben bouncen. Bis dorthin ist das für mich definitiv kein Einstiegszeitpunkt. Selbst wenn der Nasdaq jetzt entgegen der höheren Wahrscheinlichkeit weiter nach oben ausbrechen sollte, dann würde ich das Ganze eher mit Futures traden, aber nicht mehr Spot in den Nasdaq ETF investieren. Auch der S&P 500 ist seit der Gewinnmitnahmezone einiges runtergekommen. Hier sind es vom höchsten bis zum tiefsten Punkt knappe 4%. Aktuell sind wir schon sehr nah an dieser aufsteigenden Support-Linie. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit wieder zu bouncen. Gefährlich wird es, wenn der S&P 500 die 4.420 Punkte unterschreitet. Dann geht es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Stufe weiter nach unten und zwar in die Bereiche der 4.300 Punkte. Alles unter 4.300 Punkten wäre dann ein weiteres bärisches Signal. Soweit sind wir im Moment aber noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal beobachten, was der S&P 500 im Bereich dieser Aufwärtstrendlinie machen wird. Der DAX hat den Ausbruch nach oben bis heute nicht gepackt und somit haben wir hier immer noch ein Double Top, ein bärisches Double Top. Darüber haben wir ja bereits in der letzten Analyse zum DAX gesprochen. Die Gefahr ist hier weiterhin, dass diese Aufwärtstrendlinie und der horizontale Support unter uns nicht halten. Der DAX unter ein Level von 15.530 Punkten fällt und wir damit hier ein mittelfristig bärisches Signal reinkriegen. Somit wäre das entsprechend ein Short-Signal für diejenigen, die das Ganze mit den Futures traden. Beim Dow Jones sieht es im Moment nicht ganz so kritisch aus wie beim Nasdaq und dem S&P 500, denn hier bilden wir immer noch eine kleine Bullenflagge, aus der wir weiterhin mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach oben ausbrechen könnten. Bullische Preisziele wären für den Dow bei 36.250 und 37.000 Punkten und da wären wir dann auch schon in den Bereichen des Allzeithochs. Das heißt, in diesen Bereichen würde es auf jeden Fall Sinn machen, Profite zu nehmen. Der Hang Seng ist gerade dabei, eine rote Linie zu unterschreiten. Das bedeutet für uns, es ist ein bärisches Signal und damit haben wir den nächsten wichtigen Support bei 18.720 Punkten. Wenn dieser Support nicht halten sollte, dann haben wir hier eine Gefahr eines Abverkaufs von knappen 4%. Heißt also, der Hang Seng könnte nochmal dieses letzte Low anlaufen bei 17.930 Punkten. Von Preisen tiefer als das Tief im November 2020 gehe ich im Moment aber auch im Worst Case noch nicht aus. Der US-Dollar ist heute wieder an einem entscheidenden Punkt, denn er läuft aktuell wieder diese Widerstandslinie an unseren Abwärtstrend, den wir hier seit November 2022 bilden. Sollte der US-Dollar es schaffen, im Laufe des heutigen Tages oder Anfang nächster Woche Bullisch nach oben auszubrechen, würde das Ganze zu weiteren Abverkäufen auf den Märkten führen. Das heißt, alles würde nochmal eine Stufe tiefer fallen. Gleichzeitig hätten wir hier dann auch beim US-Dollar ein mittelfristig bullisches Signal, würde bedeuten, der US-Dollar würde mittelfristig steigen, der Markt dagegen mittelfristig eher bärisch performen. Genau das Gegenteil natürlich beim Euro gegen den US-Dollar. Hier sind wir aktuell weiterhin an diesem orangenen Support. Das war diese wichtige Linie, die wir mehrfach halten konnten. Man sieht also, die Linie war in der Vergangenheit ein sehr wichtiger Support und ein sehr wichtiger Widerstand. Aktuell nutzen wir die Linie, wie gesagt, als Support. Sollte der US-Dollar jetzt also nach oben ausbrechen, dann würde ich beim Euro davon ausgehen, dass dieser hier nach unten ausbrechen wird. Und wenn wir schon bei der Marktübersicht sind, dann können wir uns noch ganz kurz den Netguest-Chart anschauen, denn hier sind wir schon seit einer längeren Zeit investiert, um genau zu sein. Seit diesen Preisbereichen hier unten. Wir haben also den Boden perfekt gecatcht und konnten bis zu unserem ersten bullischen Preisziel knappe 54% mitnehmen. Glückwunsch an diejenigen, die das Ganze bei uns im Discord mitgetradet haben. Die Historie von dem ganzen Trade sehen wir hier in einem Screenshot vom 30.05. bei uns in der Discord-Gruppe. Dort hatten wir nämlich den Einstiegspunkt bei 2 US-Dollar, den Ausstiegspunkt bei 2,6 US-Dollar. Danach kam es zu einer Korrektur beim Nasdaq. Hier habe ich gesagt, ich gehe davon aus, dass wir an dieser orangenen Linie weiter nach oben bouncen werden und die nächsten bullischen Preisziele zwischen 2,08 und 3 US-Dollar haben. Was wir hier auf dem Chart also sehen. Wir sind genau in diese Preisbereiche reingelaufen, zwischen 2,08 und 3 US-Dollar. Damit war auch dieser Trade erfolgreich. In der nächsten Zeit gehe ich davon aus, dass wir hier erstmal weiterhin eine Korrektur sehen werden. Und zwar in die Bereiche 2,06 bis 2,05. Hier haben wir dann einen wichtigen Support und sollten diesen im besten Fall nicht unterschreiten. Denn dann haben wir weiterhin die Möglichkeit wieder zu steigen und entsprechend sowohl das erste als auch vielleicht das zweite bullische Preisziel anlaufen. Das heißt, das könnte nochmal ein interessanter Kaufzeitpunkt sein. Sollten wir aber unter den Support fallen und damit auch unter dieser rote Linie, würde ich davon ausgehen, dass wir eine etwas stärkere Korrektur sehen werden. Und bei dieser Korrektur müssten wir dann schauen, wie wahrscheinlich es wäre, dass wir beim NetGas neue Tiefere Tiefs machen oder dass wir vielleicht nur bis zu diesen Preisbereichen korrigieren und weiter mit dem Aufwärtstrend fortfahren werden. So, dann kommen wir zu den Einzelaktien und wollen uns heute die spannendsten Entwicklungen anschauen, unter anderem die Palantir Aktie. Wer meine Palantir Analysen in der letzten Zeit angeschaut hat, der weiß, ich war hier auf der bärischen Seite, war dafür, dass man in den bullischen Preiszielen entsprechend Profite nimmt. Denn auch im letzten Video habe ich erklärt, dass ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von einem Abverkauf bei Palantir ausgehe. Jetzt springen wir auf den Live-Chart und schauen uns an, was hier seitdem passiert ist. Ich denke, die Investierten werden es auf jeden Fall mitgekriegt haben. Palantir ist nämlich nach den Quartalszahlen vom Top bis zum aktuellen Preis um 25% gefallen. Damit sind es schon mal deutlich attraktivere Preise, als wir sie hier oben hatten. Das heißt, aktuell könnt ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr jetzt schon in diesen Preisbereichen nachkaufen möchtet oder bis zu den bärischen Preiszielen wartet. Und zwar habe ich das erste bärische Preisziel bei 13,20 Dollar, das nächste bei 11,51 Dollar und das letzte Preisziel mehr oder weniger so ein Hoffnungspreisziel bei 9 US-Dollar. Hier gehe ich aber nicht besonders stark davon aus, dass wir dieses Preisziel erreichen werden. Für mich heißt es auf jeden Fall, an diesem wichtigen Preisbereich, wo wir uns jetzt befinden, 23,6er Fibonacci übergeordnet, kann man schon mal eine kleine Position aufbauen. Die deutlich größere Position würde ich erst in diesen beiden Preisbereichen aufbauen. Hier würde ich dann entsprechend mit einer Trendwende rechnen. Wie gesagt, im Worst Case aktuell die 9 US-Dollar, da glaube ich im Moment aber noch nicht so wirklich dran. Dennoch sollte man das auf jeden Fall mit berücksichtigen, um sein volles Risiko einschätzen zu können. Soviel aber mal zu meinen aktuellen Preiszielen. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es jetzt schon wieder nach oben geht. Allerdings, so wie der Nasdaq aktuell aussieht und der gesamte Tech-Sektor, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass wir eben diese Stufe nochmal weiter abverkauft werden. Selbst wenn es hier eine Zwischenkorrektur geben sollte. Aber hier in diesem Preisbereich würde ich dann die größere Position aufbauen, um sich entsprechend auf den nächsten bullischen Impuls bestens vorbereiten zu können. Der nächste Kandidat, Xpeng, bei dem alle in den letzten Tagen geschrieben haben, spinnst du. Der wird doch niemals korrigieren. Warum sollte Xpeng denn korrigieren? Die haben eine Partnerschaft mit Volkswagen. Und was sehen wir da auf den Live-Charts? Xpeng vom höchsten Punkt bis zum aktuell tiefsten Punkt 33% korrigiert. Das ist ein Drittel, meine Freunde. Und genau aus diesen Gründen macht es auch Sinn, entsprechend Profite mitzunehmen. Ein Kurs wird niemals nur straight nach oben laufen. Das sollte man verstehen, wenn man langfristig erfolgreich investieren möchte. Man sollte auch nicht zu gierig sein und glauben, der Kurs wird eben unendlich weiter steigen. Lieber steige ich kurz vor dem Top aus und verzichte auf diese letzten 10%. Aber dann habe ich meine Gewinne gesichert. Die grüne Zahlen, die ihr in eurem Depot seht, sind nur dann Gewinne, wenn ihr diese Gewinne tatsächlich realisiert. Jetzt aber zu meiner Einschätzung. Aktuell, wie gesagt, Xpeng ist um über 30% gefallen und aktuell stehen wir an einem interessanten Support. Eine Linie, an der wir zuvor zweimal rejected wurden. Alte Widerstände werden zu neuen Supports. Das bedeutet, nach dem starken 30%igen Abverkauf könnten wir hier erstmal eine Korrektur nach oben sehen. Bevor es dann entweder weiter nach oben geht und wir das letzte Hoch bei 23,7 US-Dollar durchbrechen werden, dann würden wir den Aufwärtstrend fortsetzen. Das glaube ich im Moment aber eher weniger. Ich glaube eher, dass wir hier zwar hochkommen könnten, nochmal diese grüne Zone anlaufen könnten, von hier aus dann wieder rejected und nochmal einen Schritt tiefer reinkommen würden. Das bedeutet, hier würde sich anbieten, bei 15,20 Dollar bis ungefähr 13,70 Dollar einzusteigen. Ein bisschen Geld würde ich auf jeden Fall auch übrig lassen für das letzte technische Preisziel. Aktuell bei 11,63 Dollar. Da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr nicht bei uns in der Discord-Gruppe seid. Ich zeige hier den aktuellen Stand. Das Ganze kann sich in den nächsten Tagen ändern. Dann würden wir unsere Preisziele anpassen. Wenn du also sicherstellen möchtest, dass du keine Preisziele in Zukunft verpasst, dann komm am besten zu uns in den Discord. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Aktuell aber wie gesagt die nächsten Preisziele bei 15,20 Dollar. 13,70 und 11,63. Und das gilt eben nur dann, wenn die orangene Linie nicht gehalten wird und wir unter 15,80 Dollar fallen sollten. Das kann entweder jetzt passieren in einem Rutsch oder wie beschrieben mit dieser Gegenkorrektur nach oben und erst danach mit einem etwas tieferen Abverkauf. So, der nächste heiß diskutierte Kandidat ist aktuell die Coinbase-Aktie. Am 14.07. habe ich geschrieben, ich verkaufe enthalten meiner Coinbase-Position, da ich momentan 143% im Plus bin und werde bei tieferen Preisen einsteigen. Am 14.07. befanden wir uns in diesen Preisbereichen auch hier wieder perfekt das Top erwischt. Wir waren damals genau in der Widerstandszone. Aktuell traden wir ungefähr 26% darunter und traden hier in einem Bullish Falling Wedge. Dieses Bullish Falling Wedge hat weiterhin die höhere Wahrscheinlichkeit, nach oben auszubrechen und damit rechne ich im Moment auch. Bärische Preisziele, die wir hier nach unten hin hatten, waren einmal bei 92 und bei 84 US-Dollar. Beide jetzt inzwischen abgeholt. Wir haben noch ein Preisziel offen bei ungefähr 69 bis 70 US-Dollar. Aktuell glaube ich aber nicht, dass dieses Preisziel angelaufen wird, es sei denn, wir brechen hier bärisch nach unten aus. Wie gesagt, Stand heute ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir Bullish nach oben ausbrechen werden und damit könnte die ganze Korrektur bei Coinbase vorbei sein. Möglicherweise einer der besten Einstiege für die kommenden Tage und Wochen. Beim Ausbruch nach oben müssen wir weiterhin beobachten, ob das ein nachhaltiger Ausbruch mit einem neuen hoch sein wird oder eben ein kleiner Anstieg, bevor es dann nochmal etwas stärker runter geht. Dann könnten wir das dritte technische Preisziel abholen, möglicherweise nochmal die alte Widerstandslinie als Support bestätigen und erst von hier aus weiter nach oben bouncen. Und zu guter Letzt die Plug Power Aktie, die nach den Quartalszahlen um knappe 35% abverkauft wurde. Wie wird es hier jetzt wohl weitergehen? Zuerst einmal der letzte Long Trade bei Plug Power lief hier wirklich perfekt. Wir sind damals im Bodenbereich bei knappen 7,42 Dollar eingestiegen. Ihr erinnert euch noch, dann hatten wir die komplette Aufwärtsbewegung und haben hier gesagt, die große Widerstandszone, wo man an Gewinnmitnahmen denken sollte. Das heißt insgesamt vom Tief bis Hoch ungefähr 70% Profit. Wer das nicht glaubt, darf das gerne nochmal bei uns im Discord nachschauen. Hier der Chart vom 30.05., als wir bei Plug Power im Bereich der 7,70 damals eingestiegen sind und dann eben das Bullische Breakout hatten. Im weiteren Verlauf sind wir hier immer weiter nach oben ausgebrochen. Und in diesem Bereich haben wir gesagt, Entweder wir werden jetzt hier nachhaltig mittel- bis langfristig nach oben ausbrechen über diese orangen Linie oder wir werden eben abgewiesen und läuft das Fundamentale mit der Chart-Technik wieder Hand in Hand und wir wurden eben am Widerstand abgewiesen. Gleichzeitig waren die Quartalszahlen nicht besonders gut und damit haben wir jetzt hier den Abverkauf. Meine nächsten Zielbereiche bei Plug Power sind zwischen 8,60 Dollar und 7,42 Dollar. Hier könnte es zu einer Trendwende kommen. Wenn das nicht klappen sollte, dann haben wir übergeordnet einen sehr wichtigen Support-Bereich zwischen 7,07 Dollar und 5,78 Dollar. Das heißt, Worst Case wäre aktuell, dass wir in diese Bereiche abverkauft werden und von hier noch einmal hochkommen würden. Übergeordnet ist es für mich weiterhin ganz klar, Plug Power ist noch bullish, denn wir haben hier dieses riesige Falling Wedge. Wir haben zwar noch keinen bullischen Ausbruch gesehen, aber selbst wenn das eine weitere korrektive Bewegung nach oben war und wir jetzt noch einmal einen tieferen Abverkauf sehen mit einem tieferen Tief in die blauen Preisbereiche, dann glaube ich, dass Plug Power langfristig immer noch die Chance hat, bullish nach oben auszubrechen und mehrere hundert Prozent Gewinne mitzubringen. Schreibt mir sehr gerne aber auch mal eure Meinung in die Kommentare und ob euch das heutige Update gefallen hat. Wenn ihr auch in Zukunft solche Analysen sehen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, einen Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben möchtet und immer unsere neuesten Preisziele kennen möchtet, dann kommt, wie gesagt, zu uns in den Discord-Server. Dort findet ihr im VIP-Bereich all diese Charts und noch viel mehr Aktien, die wir täglich analysieren. Mit dem heutigen Video sind wir jetzt aber durch. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Video auf dem Kanal. Das war es von mir. Ciao, ciao.